War so wie angegeben, funktioniert wie er soll, bisher nichts auszusetzen. Lesen Sie weiter. Ich bin sehr zufrieden. Schnelle Liederung bräunen uns gratis perfekt je nach Einstellung der Toaster sieht optisch klasse aus. Würde ich mir jederzeit wiederholen, klar gibt es auch preiswerte Toaster, aber ich finde es muss nicht immer alles super billig sein. Dass unser Toaster leider kaputt gegangen ist, musste unweigerlich schnellstmöglich ein neuer Toaster her. Nach einigem Rumstöbern, sind meine Freundin und ich dann jedoch sehr schnell auf diesen Toaster gekommen. Ausschlaggebend war hier natürlich das coole Design, was uns sofort ins Auge gefallen ist. Prompt war er bestellt. Als er dann ankam und ausgepackt war, muss ich sagen, dass er uns sogar noch besser gefällt als auf den Bildern. Sieht echt super aus. Der Toaster lässt sich in sechs Hauptstufen und deren Unterstufe einstellen. Hierbei ist immer das Richtige dabei. Wobei auf Stufe 6 das Toast schon sehr gut durchisst. Auf jeden Fall ist der Toaster echt super und sieht einfach in der Küche super gut aus. Sind beide super zufrieden und können den Toaster nur wärmstens weiterempfehlen. Der Toaster ist mega klasse. Endlich wieder ein Toaster im Haus. M-m-m-m-m-ha-ha-ha-ha. Die Verarbeitung ist fantastisch. Es ist alles hochwertig aus Metall gefertigt bis auf die Führlicht. Die Hebel und Knöpfe sind aus verkromten Kunststoff. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Punkt. Es gibt einmal ein Drehrad zum Bräunungseinstellung. Einen Knopf für gefrorenen Toast und einen Untoast wieder aufzuwärmen. Die kann man nur jeweils entweder oder nutzen. Dann noch der Knopf zum vorzeitigen Beenden. Die Einstellungen funktionieren wie bei anderen Toastern auch. Alles super ok. Der Toaster hat unten eine Krümelschublade. Die Verarbeitung und das Retro-Design ist schick-budient-hochwertig und ist mit Smeg, Kietchen-Need, Brassel-Hops vergleichbar. Der separate Brötchen-Aufsatz ist aus Mittel- und Kunststoff und lässt sich ausklappen und nicht so einfach wieder zusammenklappen. Man muss hier die Seiten zusammendrücken. Das ist toll, weil die normalen Aussätze gerne wieder leicht zusammenfallen. Gerne würde ich dir auch Fotos etc. zeigen, aber Amazon hat das jetzt während Corona eingeschränkt. Mein Fazit super toaster. Meine Bitte an dich. Ich schreibe die Rezession so ausführlich und informativ wie möglich. Darüber hinaus fotografiere ich auch vieles wie zum Beispiel jedes Teil von jeder Seite, Verpackung, die Bedienungsanleitungen, damit du alles vorher weißt. Wenn dir die Rezension gefällt, dann würde ich mich sehr über ein, nützlich kommer freuen. Falls nicht, dann schreib mir bitte einen Kommentar mit was dich stört, oder was dir fehlt. Sehr gute Toast-Ergebnisse. Eine riesengroße Hilfe in der Küche. Ich benutze es für Braten, Kuchen, Brot und meine Frau hat es für die Herstellung ihrer Pralinen ausprobiert. Auch sie ist total begeistert. Das Gerät wurde kurzfristig geliefert. Die Verpackung war vorbildlich. Mit 6 Messfühlern gleichzeitig messen und die Werte bequem vom Tablet ablesen. Genial! Jeder einzelne Alarm ist übers Handy oder Tablet separat einstellbar. Klick link in description for more reviews. Thanks for your watching. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.